Das heißt also, hier gehen wir hin und wir jumpen mal zu Chip und können mal gucken, dass wir uns vielleicht ausrichten können und ja, vielleicht eine kleine Kurskorrektur machen, so 50 Tage, bevor wir ins Vesta-System eintreten, dass wir nochmal näher an Vesta drankommen, dass wir effizienter das, was wir an Delta V noch haben, auch einsetzen können. Ach ja, das war dieses Ding. Es ist super ausgerichtet. Wir hatten die untere Stufe mit 6 und die obere Stufe, also der Orbiter dann hat nur noch 4 und das sollte dann genug Delta V haben. Ach so, nee, der ist ja ungelenkt, also den können wir dann abkoppeln, wenn wir Orbit erreicht haben, damit er weniger Strom zieht. Das war die große Struggle bei diesem Ding hier, dass wir irgendwie hinkommen. Wir haben noch 3460 Meter pro Sekunde und es könnte sein, dass es nicht reicht. So was liegt mir nämlich an. Wir sind sehr, sehr schnell. Wie sieht es mit Strom aus? Wir sind 58% Beleuchtung. Das könnte besser sein. Wir sind so ein bisschen aus dem Winkel gedreht. Wir verbrauchen gerade Strom. Okay. Und wir brauchen hier die Ascent Guidance nicht. Wir verbrauchen gerade Strom. Dann würde ich mal so ein Solarpanel hier anpinnen und wir machen mal RCS ist an und wir drehen uns mal. Ähm, falsche Richtung. So, wir haben uns ausgerichtet. Das sorgt dafür, dass wir Strom verbrauchen. Was passiert, wenn wir die Avionics, ja, wenn ich die Avionics downshutte, dann lädt sich unser Akku auf. Hervorragend. Äh, unsere Wissenschaft wartet alles. Äh, ich mach mal hier diese Kamerasachen und die hier oben so drauf sind auch direkt mal an, dass sobald wir in das Vesta-System reinkommen, ähm, wir auch Wissenschaft durchführen. Da wartet alles, genau. Und jetzt würde ich, ich hab jetzt erstmal die Avionics ausgemacht. Das heißt, da sind wir dann energiepositiv. Jetzt würde ich, äh, sagen einmal hier Vesta an sich zentrieren. Und da gucken wir mal, wie nah wir denn sind. Wir sind, äh, 767 Kilometer und der Vertrag sagt, Vesta, Orbit Vesta, 525. Wir müssen eh noch näher ran. Okay, dann probieren wir jetzt mal. Äh, wir probieren jetzt mal, erstmal quasi ein Manöver zu machen. Ähm, so in, ja, zwei Stunden ist, ja, in, äh, 40 Minuten. Manöver hinzufügen. Jetzt haben wir ein Manöver und jetzt gehe ich nochmal, äh, an sich zentrieren und jetzt verschieben wir mal das Manöver hier hinten aus, ähm, so. Äh, hier hinten aus diesem Bedienfeld hier. Gucke einfach mal, ups, wie sich da was ändert. Das ist, oh, das ist, äh, hallo? So. So, da geht sie in die falsche Richtung. Das gefällt mir gar nicht, wenn ich in die, ja, so kommen wir näher ran. Das ist gut. Äh, oh ja, so kommen wir, und das sind 0,2 Meter pro Sekunde. Das ist super, dass es nur so wenig, äh, Delta V ist. Ich würde hier nämlich dann wirklich mal sehr nah, äh, rangehen. Und wahrscheinlich macht es Sinn, das auf die andere Seite von Vesta zu legen. Dass wir auf der beleuchteten Seite durchkommen. Also, nicht durchkommen. Ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, auf der beleuchteten Seite dran langfliegen. So, und dann quasi abbremsen. Jetzt sind wir 92 Kilometer von der Oberfläche entfernt für 0,5 Meter pro Sekunde. Also, das ist halt etwas, was wir mit RCS einfach mal so machen können. Da muss ich jetzt einmal kurz zum Raumschiff zurück und sagen, hallo, äh, mach mal, ähm, activate die Sachen. Und warum kann ich kein Stability Control anmachen? Weil irgendwas anderes an ist. Oh ja, Smart Ass ist an. Kill Rotation. Smart Ass mache ich mal aus. Dann können wir auch Stability Control anmachen. Das habe ich benutzt. Und dann richten wir uns mal aus, um dieses Manöver zu fliegen. Und dann gucken wir uns mal an, äh, also, wir richten uns aus. Wir benutzen jetzt nicht den Hauptantrieb, sondern ich benutze nur RCS. Wir richten uns aus in die Richtung. Und dann benutze ich wirklich nur den Schub von RCS um diese 0,5 Meter pro Sekunde. Das wird immer noch eine Weile dauern. Der Burn ist sehr, sehr, aber wenn ich den Haupttriebwerk benutzen würde, wären das 0, äh, 0,1 Sekunde. Das ist schwierig. So, dann brennen wir mal in diese Richtung. Da ist es nicht wichtig, dass das jetzt noch 37 Minuten dauert. Äh, wir sind Tage davon entfernt. Und jetzt sollten wir, ja, auf... 86 Kilometer Höhe an der Oberfläche. Sehr schön. Dann machen wir mal hier aus. Achso, äh... So, und jetzt müssen wir uns wieder in die Sonne ausrichten. So, und da haben wir fast volle Beleuchtung der Solarzellen. Sehr gut. Und dann machen wir wieder Smart S an. Äh, Kill All Rotation. R aus. Und wenn wir jetzt die Avionics ausmachen... Sollten wir vorspulen können und sind immer noch stabil. Wir sind bei... Okay, wir sind jetzt bei 75 Kilometer Höhe durch das Drehen. 75 Kilometer Höhe an Vesta vorbei. Ich hoffe, wir werden nicht aufschlagen. Aber das sieht gut aus. Das ist noch, äh, überhalb der Oberfläche. Und dann ist, äh... Je näher wir an der Oberfläche sind, desto effizienter können wir den Treibstoff, den wir mitgenommen haben, tatsächlich benutzen. Und ich würde jetzt mal gerade, bevor wir hier rausgehen, würde jetzt hier mal gerade sagen, wir machen mal ein Manöver und brems mal ab, wie viel Delta V du brauchst. Und wir brauchen, ja, und da sind wir schon, ja, wir brauchen, um in den Orbit reinzukommen, äh, 3900, ja, 3900 und wir haben 3482. Das könnte nicht ganz reichen. Wir probieren dann mal auch alles an RCS, äh, zu benutzen, was uns gegeben ist. Aber das hier ist jetzt schon... Vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht. Hey, Exidun und, äh, ja. Schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. So. Und dann gehen wir mal einmal zurück. Wie lange haben wir noch? Äh, das dauert noch... Der Alarm sagt mir 43 Tage. Dann würde ich mal sagen, wir spulen mal 28 vor. Und da kriegen wir von unserem, äh, von unserem Venus Orbiter kriegen wir gerade Wissenschaftspunkte. Und zwar nicht zu knapp. Wo sind wir jetzt? Na, okay, 22 haben wir jetzt. Wir spulen vor in Richtung Vesta Encounter. Und ich glaube, vielleicht haben wir genug Delta V mit, äh, dem, ähm, da haben wir schon wieder ein bisschen Wissenschaftspunkte gekriegt. Mit dem RCS, das uns noch gegeben ist. Ähm, so. Spulen wir mal nochmal 10 Tage vor. Jetzt sind wir schon bei 46 Wissenschaftspunkte. Wo ist unser Encounter? Okay. Der Encounter ist noch da. Oh, Gott sei Dank. Ich habe gerade einen halben Herzenfall gekriegt. So. Es sind noch 6 Tage bis zu, ähm, bis zum nächsten Punkt. Das heißt, ich mache mal F5. Und wir machen mal hier hervorspulen. 5 Tage. Und wir haben wieder ein paar Wissenschaftspunkte gekriegt. Und irgendwas haben wir gekriegt. Vessel Complete. Ah, das Jupiter-Ding ist fertig. Es ist noch vor unserer Mondrakete fertig. Sehr schön. Okay. Noch 2 Tage bis, äh, dahin. Und dann machen wir mal hier hervorspulen. Es irritiert mich total, dass der Encounter weg ist. Aber so ist das jetzt halt. So. Und wir haben wieder ein paar Wissenschaftspunkte gekriegt. Jetzt sind wir schon wieder bei 76. Oh, und 19. Scan von Venus. Ein paar Sachen, die wirklich lange dauern kriegen, kommen jetzt rein. 78. Okay. So. Und da haben wir den Encounter mit Vesta. Äh, 6 Stunden vorspulen. Ganz piano. Hm. Und in 21 Tagen, ihr könnt das nicht sehen, weil der, äh, Kerbal-Alarm-Clock hinter meinem Gesicht hier ist. Lü, lü, lü. Ähm. In 21 Tagen haben wir Mars-Orbiter. So, noch eine Stunde und dann sind wir da. Äh, oder was heißt da, genau. Jetzt machen wir, wie weit ist es noch? 55 Minuten. Und da sind wir. Sehr schön. So. Da sind wir im Vesta-System und... Da haben wir direkt, ähm, unseren Vorbeiflug. Und wir machen mal ein Manöver hinzufügen. Und wir bremsen mal ab, auf, versuchen in den Orbit zu kommen. Wir haben 3.700, wir haben nicht mal 3.700, wir haben 3.482. Und davon werden wir wahrscheinlich auch nicht alles benutzen können. Ähm, Smart-Ass mach ich mal aus. Und wir brauchen ja nur irgendeinen Orbit. Also kann ruhig ein ganz schwach gebundener sein. Aber Hauptsache ein Orbit. So, da brauchen wir 3.944. Wir haben 3.482. Nicht ganz 500. Weniger als 500. Ich glaube nicht, dass wir... Fehlen uns. Wir haben ein bisschen was als, äh, ähm, äh, als RCS noch. Wir gucken mal, wie viel das ist. Ähm, wir haben hier oben, haben wir in dieser Sonde, haben wir nochmal, ähm, wahrscheinlich 200 Meter pro Sekunde oder 150 Meter pro Sekunde, äh, die wir steuern können, wenn wir das abgeworfen haben. Und hier drin haben wir, wie viel HTP noch? Ah, ist nicht so viel. Ist nicht so viel. Aber es ist auch nicht nichts. So, wir gucken mal gerade, läuft unsere Wissenschaft eigentlich. Hier laufen tatsächlich, äh, Experimente gerade. Und wir generieren Strom. Das ist, äh, schon mal super. Das heißt, ich schiebe die mal hier hin. Ähm, sieht gut aus. Wir gucken mal Vesta Orbit, dass wir das, ähm, hinbekommen. Ähm, hier läuft auch ein Experiment, dann, äh, hole ich die alle mal her, dass wir wenigstens, äh, auch eine, äh, einen Überblick darüber bekommen, was alles so läuft und was eventuell wartet und so weiter und so fort. Ähm, was uns gerade auch noch Wissenschaft bringt, weil tatsächlich den Vorbeiflug von Vesta haben wir ja nur so gerade geschafft. Das heißt, wenn wir jetzt, äh, nah dran vorbeifliegen, äh, kriegen wir nochmal ein paar Wissenschaftspunkte. Wir bleiben jetzt erstmal ausgerichtet. Wir haben ein Manöver gemacht, für das wir nicht genug, äh, Delta V haben. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, äh, wir sind gut angekommen. Ich mach mal F5. Schnell speichern. Und wir nähern uns mal zwei Stunden nur. Ja, wir nähern uns mal dem, äh, Vesta an. Da hinten ist er. Kommt näher und hui, 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 hui. Äh, äh. Machen wir mal ein Bild davon. Ja, sehr gut. Und dann spulen wir nochmal ein Stück vor. Zwölf Minuten. Wahrscheinlich eher so elf. Genau. Weil wir müssen uns ja auch noch ausrichten. So. Dann einmal activate avionics. R, T. Und in Richtung der, man, des Manövers drehen bitte. Und, was mich so ein bisschen, äh, ah, da, äh, ich dachte gerade, wo ist mein, wo sind meine Raketenantriebe? Ich hab mich jetzt ausgerichtet, äh, in diese richtige Richtung. Ich mach mal R aus, weil ich brauche jedes bisschen, ähm, RCS. Wir können auch mal anfangen. Wir, wir haben noch, ähm, Schubzeit vier Minuten. Wir haben noch Punkt in vier Minuten 45. Das heißt, also, wir kommen in, äh, die Schubzeit ist vier Minuten 40. Wir haben noch vier Minuten 27 drin. Ich verbrauche jetzt schon mal HTP. Das heißt, dadurch, dass ich, ähm, Monopropellenttreibstoff verbrauche, werde ich auch leichter. Und man sieht, wenn ihr genau darauf achtet, steigt mein Delta V. Einfach nur dadurch, dass ich jetzt schon HTP verbrauche. Das heißt, ich werde nicht nur langsamer. Also, ich fange schon an, etwas zu bremsen. Ich sorge auch dafür, dass der Sprit in meiner Stufe besser wird. Also, dass er mehr Energieinhalt hat, weil ich ja leichter bin. Das heißt, also, ich bleibe jetzt die ganze Zeit, äh, auf dem, äh, auf dem Knopf H. Und wir zünden, ähm, wobei wir auch mal drauf gucken können, äh, gucken müssen, äh, wie viel HTP ich noch habe. Das ist gar nicht, das ist nämlich gar nicht mehr so viel. Äh, ich mache mal, ich höre mal ein bisschen damit auf. Weil wir haben, hier seht ihr, wie schnell ich da noch HTP verbrauche. Also, das, äh, geht schon relativ zügig. Äh, okay. Dann warten wir kurz damit. Aber wir haben auf jeden Fall ein bisschen was an Delta V gewonnen. Das heißt, es ist nicht mehr alles so schlecht. Der Unterschied ist jetzt kleiner geworden. Es sind nur noch 440 Meter pro Sekunde. Weniger als 440. 400, 400, 430 Meter pro Sekunde, die uns fehlen. Und in der oberen Stufe müssten wir 200 haben. Also, es könnte vielleicht sein, dass wir es so gerade, so ganz gerade hinbekommen. Wir müssen bei 2 Minuten 40 brennen. Das heißt, die Hälfte davon ist 2 Minuten 20. Und jetzt sind wir quasi da. Bei 2,20 zünde ich das Triebwerk. Hier unten. Und, äh, in der Zeit verbrauchen wir jetzt das HTP. Und das sollte dann so passen, dass ich quasi, ähm, das Triebwerk zünde, sobald ich HTP, kaum noch HTP habe. So, und jetzt zünden wir. 3, 2, 1, Zündung. Und ein bisschen HTP möchte ich drin behalten. Damit wir noch ein bisschen Steuerfähigkeit haben. Aber wir haben auch eigentlich, ne, müssen wir eigentlich nicht. Ich lasse so 2 drin. Damit wir Steuerfähigkeit haben. Auf jeden Fall ist dieser Burn hoffentlich sehr, sehr, sehr effizient. Und wir verfolgen nicht das Manöver, sondern ich würde rückläufig brennen. Also entgegen unserer Geschwindigkeitsrichtung. Und ich höre auf mit HTP bei 2. Damit wir Steuerfähigkeit, äh, behalten mit dieser Stufe. Und jetzt quasi abbremsen. Und davon will ich auf jeden Fall ein... Äh, es sieht so aus, als ob es weniger sind als 4, ähm, äh, 400 Meter pro Sekunde. Na, hallo, Baby. Ich habe hier meinen... Ich habe hier einen Hund. Hi. Musst du etwa auf Klo? Müssen wir vielleicht raus? Nee. Du brauchst einfach nur Nähe. Ja. So. Äh, wie lange? Der Burn ist noch relativ lang. Und jetzt fliegen wir sehr, sehr nah hier an Vesta vorbei. Und ich mache mal... Wir sind hier nur noch ein paar... Dutzend Kilometer von der Oberfläche entfernt. Ich hoffe, wir schlagen nicht auf, wie uns das schon mal passiert ist. Und... Hey, Stefan Streaming! Herzlichen Dank für den Raid mit elf Leuten. Hallo! Schönen guten Tag. Wir sind gerade in einer, äh, in einer heiklen Situation. Und da hier Stefan hat ges... Äh, Stefan hat geradet. Das ist einen kleinen Shoutout wert. Ich mache mal kurz Pause. Wir sind... So 40 Kilometer über der Oberfläche von Vesta. Und bremsen gerade mit unserer... Sehr schön aussehenden Sonde ab. Wie ich finde. Versuchen in Orbit zu kommen. Es könnte aber sein, dass uns so 200, 300... Äh, Meter pro Sekunde Delta V fehlen. Aber es kann sein, dass wir es noch mit... Mit, mit, äh, RCS und sowas hinbekommen. Aber ja, danke, Stefan. Danke für den Raid. Was habt ihr gemacht? Äh, ich gucke mal gerade. Äh... Das Kerbel Space Program. Natürlich. Ist fast schon zur Gewohnheit geworden. Ja, ich freue mich sehr. Äh, schaut auch gerne mal bei meinem Stefan vorbei. Ähm, Iggy. Herzlich willkommen. Danke fürs Folgen. So. Ich mache mal die Pause. Hebe ich mal auf. Wir bremsen hier weiter ab. Äh, wir müssen halt super viel langsam werden. Super viel, äh, Geschwindigkeit loswerden, damit wir hier in den Orbit einschwenken können. Ich gucke nochmal. Ja, wir sind relativ stabil. Ich kann jetzt einfach den Rest vom HTP einfach rausballern. Wir brauchen eigentlich keine Manöver... Manövrierfähigkeit mehr. Ja, also den Rest vom RCS Fuel auch noch zum Bremsen benutzen. Ähm, an der effizientesten Stelle quasi. Und so ein klein bisschen behalte ich mir dann doch noch über. So, und wir brennen. Wir haben jetzt noch eine Minute 20. Und wir haben noch 1600 Meter pro Sekunde. Äh, wir brauchen aber 1840. Das heißt, der Abstand ist weniger geworden. Also man darf der Sache, äh, nicht so sehr trauen. Und wir sammeln hier gerade wahnsinnig viel Wissenschaft, äh, ein. Während wir Wester gerade so viel, so, so nahe gekommen sind. Äh, jetzt entfernen wir uns aber leider schon wieder. Ähm, ich bin mal gespannt. Wir haben im Wester-System F5 gedrückt. Das heißt, wir können der ganzen Sache vielleicht noch einen Versuch geben. Wir haben aber in der oberen Stufe auch noch ein bisschen Delta V drin. Vielleicht müssen wir das Triebwerk ein bisschen früher zünden. Mal gucken. Wir werden auf jeden Fall jetzt langsamer. Langsamer, langsamer, langsamer. Das Manöver, ich bin nicht wirklich auf das Manöver ausgerichtet. Das Manöver zeigt mir nur an, ähm, wie, wie gut ich bin, was meine Brems, äh, was meine Bremsung angeht. Wir sind sehr nah auf jeden Fall dran vorbeigeflogen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen früher, äh, den Burn starten. Dann klappt das wahrscheinlich auch. Ähm, ja. Stefan, bitte. Stefan bedankt sich für den Shoutout. Natürlich, sehr gerne, äh, wie Daddl immer so schön sagt, äh, Support ist kein Verbrechen. So, und hier haben wir schon Wissenschaftspunkte bekommen. Und jetzt sind, ist unsere Stufe komplett ausgebrannt. Und ich gebe den Rest von meinem HTP aus. Und da haben wir auch kein HTP mehr. Und es fehlen uns noch 181. Und jetzt machen wir eine Stufentrennung. Und jetzt zünde ich einfach mal das HTP, was ich hier oben in dieser Stufe noch drin habe, um abzubremsen. Das ist nicht viel, aber diese Stufe hier ist extrem leicht. Und haben wir... Ne, haben wir noch nicht. Wir haben es nicht geschafft. Äh, Moment, 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 Moment. Äh, warum sind wir nicht ausgerichtet? Warum habe ich keine Manövrierfähigkeit? Activate Avionics. Och, Gott sei Dank. Ähm, einmal ausrichten entgegen der... Ich habe die Avionics deaktiviert gehabt. Und jetzt, äh, bremsen wir weiter ab in Richtung der, äh, unseres Geschwindigkeitsvektors. Das heißt, das habe ich jetzt auch verbaselt. Ähm, aber wir bremsen weiter mit dem HTP, was wir haben. Das ist nicht viel. Aber ihr seht, das funktioniert ziemlich gut. Und vielleicht schaffen wir es tatsächlich so in einen Orbit rein. Und ich müsste wahrscheinlich, äh, Smart Ass auch anmachen und Kill All Rotation. Also, dafür sorgen, dass wir keine zusätzliche Rotation haben. Und hier sind Fenster aufgegangen und ich muss die ganze Zeit auf, äh, die Taste H drücken. Ach ne, müssen wir eigentlich nicht. Äh, genau. Ich muss nicht auf H drücken, weil ich habe, äh, einfach nur die Throttle aktiviert. Und dann, äh, benutzt er, ähm, das RCS, um abzubremsen. Das heißt, das macht er jetzt auch ganz von alleine. Ähm. Das sind auch ganz schön geile Bilder. Aber die Frage ist jetzt, kommen wir in den, äh, schaffen wir es, äh, in den Orbit, äh, schaffen wir es in den Orbit zu kommen? Wir müssen einfach nur, äh, es fehlen hier, zwischen hier Flucht und da Orbit fehlen irgendwie, äh, 160 Meter pro Sekunde. Und es könnte sein, dass das nicht ganz reicht. Wir machen mal ein bisschen physikalischen Time Warp. Und ich fürchte, Es könnte sein, dass es so gerade reicht. Und wir sammeln die ganze Zeit Wissenschaftspunkte. Wir haben jetzt schon durch dieses langsame Vorbeifliegen, ja, also hier haben wir, weil wir so niedrig über Wester hinweg geflogen sind, haben wir einiges an Wissenschaftspunkten gesammelt. Aber ich will, äh, versuchen in den Orbit zu kommen. Wir gucken mal. Hier sind wir schon, hier wird die Zeit immer länger, immer länger, immer länger. Vielleicht schaffen wir es. Vielleicht schaffen wir es. Da oben Apoapsis ist im Moment immer noch negativ. Aber die schwingt irgendwann um, wenn die positiv werden sollte, dann... Äh, aber was mir Sorgen macht, ist, die Periapsis nimmt jetzt ab. Wir müssen einfach viel früher mit diesem Burn starten, damit wir in den vernünftigen, äh, in den vernünftigen Orbit reinkommen. Ich glaube, das wird so nichts. Wir werden das HTP hier komplett ausgeben und so gerade nicht in den Orbit reinkommen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich... Wir haben alle Ressourcen dafür. Wir können es schaffen, in den Orbit... Guckt mal, wie viel das... Wie wenig Unterschied noch beim Manöver ist. Und da sind wir... Haben wir kein HTP mehr. Es fehlen 50 Meter pro Sekunde. Die können wir finden. Die 50 Meter pro Sekunde können wir irgendwo finden. Ähm... Die können wir finden. Der Punkt ist 12 Minuten vorbei. Wir haben relativ lange, äh, gebraucht, um das HTP aus dieser Stufe herauszuballern. Das heißt, ich würde vier Minuten vor der Peri-Apsis anfangen zu brennen. Irgendwie sowas. Ähm... Hier ist noch, äh... Kannst du HTP transferieren? Ähm... Würde mir nix bringen. Squab. Äh... Mir würde es nix bringen, äh... Wenn ich ne... Ähm... Wenn ich HTP transferiere, weil die obere Stufe hier ist voll. Und ich könnte nur aus der oberen Stufe was in die untere Stufe. Und da kann ich HTP längst nicht so effizient einsetzen wie in der viel leichteren oberen Stufe. Das heißt also, äh... 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 Selbst wenn ich HTP transferieren könnte, was ich gar nicht weiß, will ich es nicht. Weil diese obere Stufe war komplett voll. Und das hat, äh... War sehr effizient. Und wir haben es fast geschafft. Hier mit dem Dings. Ich mach mal F9. Zum letzten Schnellspeicherpunkt. Da sind wir gerade ins Vesta-System eingetreten. Und, äh... Ähm... Ole fragt... Hast du ne Chance, ne höhere Bahn zu wählen? Hab ich. Aber warum sollte ich mir so in den Fuß schießen? Ähm... Wo bin ich denn jetzt? Ah ja, genau. Hier sind wir... Da hab ich das Manöver schon gebaut. Das machen wir jetzt nochmal. Ähm... Äh... Ne, ich will mir nicht in den Fuß schießen in der höheren Bahn. Ich will so niedrig wie möglich hier bei Vesta, ähm... Äh... Die Zündung machen. Damit ich... Ähm... Damit ich effizient mein... Ähm... Das Delta V, was mir gegeben ist, äh... In irgendeiner Form, äh... Benutzen kann. Hupsi. Äh... Das war zu viel. So. So. Und... Jetzt einmal... So, dass wir gerade einen Orbit haben. Dass wir quasi einen Indikator haben, für wie viel Delta V wir brauchen. 3.943. So. Und ich will diesen, äh... Burn früher starten. Äh... Wobei die Steuertriebwerke nicht unbedingt effizienter sind, als übliche Antriebstriebwerke. In höheren Bahnen brauchst du weniger Delta V für den Orbit. Bist du dir sicher, weil wenn ich, wenn ich ne, äh, ähm... Je näher ich an der Masse dran bin, desto einfacher, desto effizienter kann ich, äh... Kann ich, ähm... Mein... Kann ich das Delta V, das ich habe, umsetzen. Wenn ich, ähm, äh... Den, äh... Die Höhe ändere, brauche ich dann weniger Delta V, um in den Orbit zu kommen? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben abgespeichert. Eigentlich ist mein Denken da... Also eigentlich ist es so, es nennt man den O-Birth-Effekt, dass du in der Nähe von Gravitationszentren, also von Massen, dass du dort am effizientesten deinen Sprit einsetzen kannst. Je höher, je weiter du entfernt bist, desto weniger effizient ist es. Weil dort ist deine Geschwindigkeitsänderung maximal. Du hast aber, ähm... Ich weiß aber, äh... Nur weil es sehr effizient ist, heißt es noch nicht, dass man deswegen, weil man einen niedrigen Punkt hat, einfacher in den Orbit kommt. Es kann halt auch sein, dass wenn man eine niedrigere Orbitalgeschwindigkeit hat, also einen höheren Orbit, dass wir dann, äh... Das effizienter machen. Allerdings, ein, äh, ein Constraint dieser ganzen Sache ist, ähm... Also eine, eine Randbedingung ist, Wester Orbit muss, die Periapsis muss unter 525 Kilometer liegen. Also Ole, du hast recht, ich glaube, du hast recht, wenn ich in einem sehr weitem Abstand einen Burn mache, dann komme ich in einen Orbit. Aber ich komme nicht bei einem sehr hohen Burn in den Orbit, äh, wo die Periapsis unter 525 Kilometern liegt. Das klappt, glaube ich, nur auf diese Weise, wie wir es hier gemacht haben. Und ich glaube, das richtige Timing zu finden, ähm... Um diese letzten 50 Meter pro Sekunde irgendwo zu finden, ähm, das ist der Weg vorwärts. Ansonsten, Ole, hilf mir, wenn du sagst, nee, es gibt noch einen anderen Effekt, der mir jetzt gerade entfallen ist. Aber, äh, Mario Sirene gibt mir, äh, ähm... Ähm... Gibt mir, äh, gibt mir recht. Okay, Ole sagt, 300 Kilometer sind schon mal was anderes als 40 Kilometer. Stimmt. Ich würde es jetzt noch einmal so probieren mit einem anderen Timing für den Burn. Und wenn das nicht hinhaut, probieren wir mal deine Variante. Oder wollen wir direkt deine Variante probieren mit einem... Ich glaube, dass wir uns da mit keinem Gefallen tun. Wenn ich es jetzt nicht hinkriege, dann machen wir es mal mit einem höheren. Aber, ich bin mir sehr sicher, O-Birth-Effekt, äh, niedrig an der Masse ist der effizienteste, ähm, äh, ist der effizienteste Weg, Sprit zu benutzen. Also, dann machen wir mal hier einmal Vorspulen. Da kommt Vesta näher. Hallo, Vesta! Okay. Äh, jetzt machen wir zwei Dinge. Erstmal, das hat mich eben Zeit gekostet. Activate Avionics. Und hier vorne, Activate Avionics, dass wir beide Avionics aktiviert haben. Und ich möchte hier, gut, ich möchte hier die Experimente auch haben, dass ich, äh, sehe, was denn Wissenschaft sammelt, und so weiter und so weiter und so fort. Huch, hatte ich die schon. Das läuft, das läuft, das läuft nicht. Sehr gut. Jetzt habe ich die alle, hups, alle angepinnt. Ähm, und jetzt machen wir R und T und ausrichten in die Antinormal. Wir haben, äh, 8 Minuten 52. Sehr gut. Und jetzt will ich nochmal hier meine Anzeige machen, das mir anzeigt, wie viel HTP ich noch habe. Großartig. und ich muss, glaube ich, ich würde jetzt einfach schon mal anfangen, HTP zu verbrennen, aus dieser Stufe hier. Und auch schon mal anzu, äh, abzubremsen. Und dann, äh, sorgt das dafür, dass wir hier oben tatsächlich noch ein bisschen mehr Delta V bekommen. Mache ich ganz entspannt. Also hier steigt dann, äh, wie man sehen kann, auch mein Delta V, was wir noch haben, indem ich HTP verbrenne. Und, äh, nicht verbrennen, also, ja, also, äh, abreagieren lasse. Und, äh, damit schon mal ein wenig vorab bremse. Und ich würde dann tatsächlich hier unten, sieht man, ähm, Zeitpunkt ist 7 Minuten. Unsere Schubzeit soll 4,40 sein. Ich würde dann tatsächlich so bei 4,40, weil viel Spielraum habe ich nicht mehr, bei 4,40 anfangen. Oder vielleicht sogar bei 5 Minuten, äh, die Zündung vornehmen. Also, wenn hier Zeitpunkt T minus bei 5 Minuten ist, äh, würde ich dann anfangen, ähm, abzubremsen. Also, tatsächlich, äh, den Burn zu starten mit der AJ10. Äh, und das hier, ja, das hier verbrennen zu lassen. So, und da sind wir fast durch mit dem HTP. Und wir haben es eben gesehen, es macht keinen Sinn, irgendetwas noch, äh, äh, drin zu lassen. Wir haben keine Rotation, wir sind ausgerichtet und wir können mit dem Antrieb gimbeln. Das heißt, wir brauchen tatsächlich überhaupt gar kein HTP. Aber ich lasse jetzt gleich ein bisschen was drin, weil ich vielleicht Julic machen muss. So, 6 Minuten 25 und ich lasse jetzt gleich mal bei 2 oder, naja, sagen wir mal bei 3 Einheiten HTP den Finger hier von der Tastatur. Und wir haben mehr Delta V. Wir haben jetzt schon mehr Delta V, als wir das eben bei dem Burn hatten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das jetzt gut hinkriegen. Okay, ich gehe runter auf 2 Einheiten HTP, bevor ich, äh, die brauche ich vielleicht für Julic. Und wisst ihr was, ich mache nicht 5 Minuten, sondern ich mache wirklich 4 Minuten 40. Weil wir sind noch super weit entfernt. Und wenn wir jetzt den Burn starten, kann es halt passieren, dass unsere Peri-Apsis auch noch niedriger wird. Ähm, und ich glaube, ich ändere jetzt on the fly das, was ich gesagt habe. Aber ich glaube, es macht total Sinn. Ne, komm, wir machen, wir probieren 4 Minuten 40 aus. Also, ha, es sieht halt noch super weit entfernt aus vom Planeten. Und, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Zündung. Und da haben wir kein HTP mehr. Das heißt, haben wir jetzt maximal Masse losgeworfen, äh, rausgeworfen aus dieser Stufe und brennen jetzt in diese Richtung. Und, äh, unsere Peri-Apsis steigt ein klein wenig. Das ist gut. Also, unsere Höhe, die unser Vorbeiflug sein wird, äh, wird ein klein wenig höher. Ich hatte Sorge, dass wenn wir so weit, äh, davon entfernt, dass, dass hier die Peri-Apsis sinkt und wir immer näher in Richtung des, äh, äh, in Richtung des, äh, Körpers kommen. Aber wenn die leicht steigt, dann hab ich weniger Sorge. Also, das ist eher eine gute Sache. Wir bremsen jetzt gewaltig ab und werden die Stufentrennung machen, wenn wir am nächsten Punkt sind. Und ich habe alle Avionics aktiviert und muss jetzt dann quasi nur noch, äh, nur noch, äh, Stufentrennung im richtigen Moment machen. Wir behalten unsere Ausrichtung bei. Dabei habe ich nämlich eben auch Delta V verloren. Wir brennen jetzt, glaube ich, sowohl diese Stufe als auch die obere Stufe an einem, äh, besseren Zeitpunkt. Und das sollte vielleicht den Unterschied machen von 50 Meter pro Sekunde Delta V. Meine Fresse. Ja, und jetzt läuft wieder die ganze Forschung, aber das ist erst wirklich interessant, wenn wir, ähm, wenn wir in Orbit reingekommen sind. Hier oben, ja, 240, wenn ich das, wenn ich die Zahlen hier so direkt miteinander vergleiche. Gucken wir mal, jetzt, 2000, jetzt, 2445, äh, 2245 oder sowas war es. Würde ich fast sagen. So, und ich mache jetzt auch, der ungeduldige André ist stark in mir, aber ich mache jetzt auch keinen physikalischen Time Warp und so eine Scherze, ja, ich widerstehe dem Drang, irgendwas vorzuspulen. Wir warten das jetzt ab. Jetzt haben wir noch 1000, da war, das wird besser. Der Abstand 900 und ihr habt jetzt gesehen, wir sind runter auf 180. Jetzt gucken wir noch, wenn wir hier auf 700 sind, 700 jetzt. Ähm, Mist. Ich mache nochmal Escape drücken bei 600. Fast 600, 597, hier unten 793. Okay, das sind 200. Mist. Ich dachte, das wird kleiner, der Abstand. Es ist Wunschdenken wahrscheinlich. Schönen Screenshot gemacht. Jetzt sind wir, jetzt wird die Peri-Apsis auch niedriger, ja, also wir kommen jetzt gerade näher in die Richtung, weil wir mehr abbremsen. aber jetzt haben wir gleich keine Schubkraft mehr und wir knallen noch nicht auf die Oberfläche und Stufentrennung und jetzt jetzt bremsen wir mit der oberen Stufe ab und unsere Peri-Apsis wird niedriger. Wenn wir bei 50 sind, würde ich mal gerade stoppen, damit wir nicht zu niedrig kommen, aber jetzt verbrauchen wir die fliegt weg, sehr gut, jetzt verbrauchen wir das letzte bisschen HTP, was hier oben noch drin ist und wir sind noch nicht time to oh, wir sind ja noch gar nicht an der Peri-Aps, also da würde ich jetzt tatsächlich einmal pausieren auf meinem Hund macht Geräusche und hier noch ein bisschen vorspulen, dass wir tatsächlich an der Peri-Aps, näher an der Peri-Apsis abbremsen, also wir haben noch sagen wir neun Minuten ich mache mal das Manöver weg, neun Minuten vorspulen, wir fliegen jetzt mal näher dran und dann zünden wir nochmal und da werden wir wahrscheinlich aufschlagen, 30, okay, ich zünde jetzt nochmal das HTP und werde wieder langsamer, es war im Prinzip ein guter Plan, aber ich glaube ich habe jetzt den Antrieb zu früh gezündet, aber wir gucken mal, ja, wir kommen schon sehr, sehr niedrig hier an, wir bremsen weiter ab, mehr Hundedetails, ja, mehr Hundedetails, er sitzt hier neben mir, ich muss jetzt gar nichts mehr machen, okay, willst du mal hochkommen? Wolltest du dich mal zeigen? Ein kleiner, eine kleine Lockenwolke, hier, du musst mal da in die Kamera gucken, Schnuppi, da in die Kamera, nicht, äh, wir gucken uns das mal an, wie nah wir an der Oberfläche entlang schrammen, das ist schon, wir kommen der Oberfläche sehr, sehr nah, mal gucken, ob es reicht, wir haben noch mehr als einen halben Tank voll HTP, äh, oder zu sehr Medienprofi vom Paparazzi genervt, stimmt, wir kommen in sieben Kilometer Höhe gerade über die Oberfläche, mit 480 Meter pro Sekunde, heieieieieieiei, jetzt haben wir natürlich keinen Indikator mehr, weil ich das Manöver wegmachen musste, wie gut, ähm, wie gut das jetzt funktioniert, wir sind hier eben, äh, ich glaube am Ende waren wir bei zwei Tagen, knapp bei zwei Tagen, jetzt sind wir hier bei einem Tag und sieben Stunden, bis, äh, wir das, äh, System wieder verlassen, ich glaube, ich hätte jetzt eben zu einem früheren Zeitpunkt brennen müssen, beziehungsweise ich muss das nächste Mal näher heranspulen, damit ich das Manöver präzise auf die Peri-Ups setzen kann, ähm, damit ich wirklich quasi weiß, dass ich mein, äh, meinen Sprit aufgebraucht habe, wenn ich an der Peri-Ups bin, oder ein Stück davor, ähm, dass wir jetzt nicht hier ohne Antrieb, ähm, vorspulen müssen, so, ich mache nochmal hiervon, ist leider nicht so beeindruckend, weil man auf dem Screenshot gar nicht den Eindruck hat, dass man, ähm, sieht, wie, wie krass schnell die Oberfläche sich gerade bewegt, also, jetzt mit, mit Bewegung hat man viel besseren Eindruck, äh, wie schnell wir eigentlich sind, so, wir verbrauchen immer noch HTP, äh, unsere Apo-Ups war am Ende irgendwie bei Minus, weiß ich nicht mehr, 1, 6,9 1000 oder sowas, ähm, einmal M, fliegen sehr nah, da ist die Stage, die wir zurückgelassen haben, die ist schon ein gutes Stück vor uns, wir werden aber, so wie es aussieht, nicht einschlagen, und, äh, unsere Apo-Upsis, äh, unsere Flucht wird auch immer länger, das ist gut, das ist gut, aber das ist mir jetzt fast ein bisschen zu nah, aber ich glaube, wir schaffen es, nicht einzuschlagen, wir sind jetzt am, an der Peri-Apsis, und jetzt haben wir, ja, wir sind jetzt an der Peri-Apsis, jetzt verbrauchen wir, wir verbrauchen jetzt weiter, ähm, und, an der Peri-Apsis drehen wir gerade nichts, das heißt, wenn die jetzt, wir sind 2,7 Kilometer über der Oberfläche, das heißt also, Peri-Apsis 52 Kilometer ist, äh, ist fast nur 3 Kilometer über der Oberfläche, das ist also super viel zu knapp dran lang, jetzt gucken wir mal, ob wir es schaffen mit dem restlichen HTP, ich glaube, es wird gerade so nicht reichen, und wir müssen nochmal eine Sonde Richtung Wester schicken, 50 Meter pro Sekunde zu wenig, ey, jetzt bitte, klapp um, und sag mir, dass wir in Orbit reingekommen sind, ne, und da sind wir leer, und wir sind nicht in einem Orbit, wir bräuchten für einen Orbit, wenn ich jetzt hier einfach mal ein Manöver hinsetze, und einmal mal dran ziehe, oh, wir bräuchten mehrere hundert, für so einen niedrigen, und für so einen großen 81, 72, aber es ist jetzt auch nicht der optimale Ort, an dem wir brennen, ne, also, ich glaube, es war schon ein bisschen besser, aber es kann noch ein Stück besser werden, ähm, das heißt, aller guten Dinge sind drei, wir gehen nochmal zurück, ich mache schnell laden, wir gehen nochmal zurück, ich mache schnell laden, wir gehen nochmal zurück, und dann, ich mache, ich mache, wir gehen nochmal, ich mache, ich mache, ich mache, ich mache, ich mache, ich mache,